Guten Abend, Jen. Heute starten wir die Militärische World Cup, die erste. Was sind deine Gefühle heute, bevor die matchen? Also heute habe ich mich viele vorgestellt. Genau, genau. Nach der langen Reise war es ganz gut, ein bisschen aufgeregt, aber... Okay. Okay, so, sie ist ein bisschen nervös, sie ist noch ein bisschen aufgeregt, nach dem langen Reise wir gestern hatten. Aber sie fühlt sich gut, sie ist aufgeregt für morgen, für das erste Mal. Okay. Deutschland gewandt die Titel vier oder fünfmalen. Dein Land ist die erste, die No. 1 auf der Liste, für die Winner der OX-Version des World Cup. Was sind deine Chancen dieses Jahr? Okay. Also der Deutsche hat das Ganze schon häufiger gewonnen, also wie schätzt sie die Chancen ein? Was soll ich da sagen? Sie sind optimistisch, oder? Was? Sie sind ganz optimistisch? Ja. Optimistisch, ja. Ein junges, frisches Team, aber wird schwer. Okay. So, sie sagt, sie sind eine sehr junge Team, mit jungen Spielern. Sie denken, es wird eine schwierige Competition sein, aber sie sind ziemlich optimistisch. Und Sie sind in der andere Gruppe, der DEV Group, weil drei der vier Team gewinnen die X-Version. Also, Sie lieben diese Gruppe? Oder Sie lieben sich in der anderen Gruppe, und Sie wollen mehr cool sein, und mehr wild sein, und sich vorbereiten, um die Semifinals zu erreichen. Okay. Also er sagt, da wir ja in der Todesgruppe sind, mit den härtesten Gegnern. Ja. Ist das okay für euch? Ja. Ob wir die beiden anderen. Ja, genau. Es ist okay, aber natürlich ist die andere Gruppe das scheint leichter zu sein. Es ist okay, sie werden die Competition nehmen, aber die andere Gruppe scheint es leichter zu sein. Aber sie werden das Beste machen. Okay. Ja. Okay. So, danke schön. Danke schön. Und eine gute Wahlkampf. Danke. Danke. Danke.